Hallo und willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft. Mobile Klimaanlagen. Wir alle wissen, wie wichtig es ist, im Sommer cool zu bleiben und die Hitze draußen zu lassen. Aber beim Kauf einer mobilen Klimaanlage gibt es einige Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest. In diesem Video zeigen wir dir die Top 5 Fehler und wie du sie vermeiden kannst. Also lass uns gleich loslegen. Der erste Fehler, den viele machen, ist die Wahl einer Klimaanlage mit der falschen Kühlleistung. Stell dir vor, du investierst in eine mobile Klimaanlage und sie schafft es einfach nicht, deinen Raum ausreichend zu kühlen. Das ist nicht nur frustrierend, sondern auch eine Verschwendung von Geld und Zeit. Du möchtest doch sicherstellen, dass du die Sommerhitze effektiv bekämpfen kannst. Deshalb ist es so wichtig, die richtige Kühlleistung für deinen Raum zu wählen. Hier ist der Tipp, misst die Fläche deines Raumes, berücksichtige auch die Deckenhöhe und finde eine Klimaanlage, die für diese Größe geeignet ist. So kannst du sicher sein, dass sie die erforderliche Kühlleistung bietet und du den Sommer in vollen Zügen genießen kannst, ohne ins Schwitzen zu geraten. Fehler Nummer 2 betrifft die Energieeffizienz. Wir alle möchten unsere Energiekosten niedrig halten. Eine mobile Klimaanlage, die viel Energie verbraucht, kann jedoch zu einem teuren Albtraum werden. Stell dir vor, du bekommst eine hohe Stromrechnung, nur weil du dich kühl halten möchtest. Das muss nicht sein. Achte beim Kauf darauf, dass die Klimaanlage eine hohe Energieeffizienz hat. Suche nach Geräten mit einem Energieeffizienz-Label. Solche Klimaanlagen sind darauf ausgelegt, weniger Energie zu verbrauchen und gleichzeitig eine effektive Kühlleistung zu bieten. Das spart nicht nur Geld, sondern ist auch gut für die Umwelt. Du kannst cool bleiben und gleichzeitig deinen ökologischen Fußabdruck reduzieren. Also eine perfekte Win-Win-Situation. Kommen wir zum dritten Fehler. Die Lautstärke. Stell dir vor, du bist endlich zu Hause und möchtest dich entspannen, aber deine Klimaanlage ist so laut, dass du dein eigenes Denken nicht mehr hören kannst. Du möchtest eine mobile Klimaanlage, die für eine angenehme Umgebung sorgt, ohne dabei den Lärmpegel zu erhöhen. Achte beim Kauf auf den Lärmpegel der Klimaanlage. Suche nach Geräten, die leise arbeiten und über spezielle Lärmdämmungstechnologien verfügen. Du möchtest schließlich nicht, dass der Klang deiner Klimaanlage zur Hauptattraktion in deinem Raum wird. Wähle eine leise Klimaanlage und genieße die kühle Erfrischung in Ruhe. Kommen wir zum Fehler Nummer 4. Die Vernachlässigung der Filterqualität. Eine Klimaanlage mit einem schlechten Filter kann die Luftqualität in deinem Raum beeinträchtigen. Stell dir vor, du atmest ständig Staub, Pollen oder andere Schadstoffe ein, die durch einen minderwertigen Filter nicht effektiv herausgefiltert werden. Das kann zu allergischen Reaktionen, Atembeschwerden und anderen gesundheitlichen Problemen führen. Du möchtest jedoch ein Zuhause, in dem du dich wohl und gesund fühlst. Deshalb ist es unerlässlich, in eine Klimaanlage mit hochwertigen Filter zu investieren. Achte beim Kauf auf Filter mit einer hohen Filtrationsrate, die Schadstoffe, Staub, Allergene und sogar Gerüche effektiv entfernen können. Damit sorgst du nicht nur für eine angenehme Temperatur, sondern auch für eine gute Luftqualität in deinem Zuhause. Deine Gesundheit wird es dir danken, wenn du in eine Klimaanlage investierst, die die Luft sauber hält. Und last but not least, Fehler Nummer 5, das Fehlen wichtiger Funktionen. Mobile Klimaanlagen haben in den letzten Jahren eine Menge innovativer Funktionen hinzugewonnen, die den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit verbessern. Stell dir vor, du könntest die Klimaanlage mit einem Timer einstellen, so dass sie sich automatisch einschaltet, bevor du nach Hause kommst. Oder du könntest sie mit einer Fernbedienung steuern, um die Temperatur bequem von deinem Sofa aus anzupassen. Und wie wäre es, wenn du deine Klimaanlage sogar über dein Smartphone steuern könntest? Egal wo du bist, solche Funktionen machen dein Leben einfacher und angenehmer. Beim Kauf einer mobilen Klimaanlage solltest du unbedingt darauf achten, dass sie die Funktionen bietet, die deinen Bedürfnissen entsprechen. So kannst du die volle Kontrolle über deine Klimaanlage haben und den Sommer in vollen Zügen genießen. Also wähle Weise und erlebe den Komfort, den moderne mobile Klimaanlagen bieten. Und da hast du sie, die Top 5 Fehler, die du beim Kauf einer mobilen Klimaanlage unbedingt vermeiden solltest. Wähle die richtige Kühlleistung, achte auf Energieeffizienz, den Lärmpegel, die Filterqualität und vergiss nicht die tollen Funktionen, die dir das Leben leichter machen. Wenn du diese Fehler vermeidest, wirst du sicherlich eine Klimaanlage finden, die perfekt zu dir und deinen Bedürfnissen passt. In der Videobeschreibung haben wir dir drei Modelle für jede Preisklasse verlinkt, die wir selber exzellent finden. Falls du Inspiration brauchst, kannst du sie dir mal anschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal, um keine weiteren spannenden Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und entspannte Grüße von uns.